noch ist auch gar das wenn da wer herkommt stirbt er mein klurack zündet ihn an ich bin das Feuerzeug das wie was ich jetzt habe was das hier ist was neues hier ist so ein Drache als schon alle die im Livestream zugucken und mit Socken kommt sich dahin hier ist ein Drache und so ein Mammut ah ich seh's nicht oder der Drache heißt der Drache der Drache heißt ja tyrannotrum da so ein halbergetein die haben so gut gewichtet und mit Low Leveler die haben auch gut Schaden und die anderen Viecher heißen Pilos Wien oder so ähnliches die sind's nicht zu gut aber die Tyranntrum wenn du einen Highlight findest du das systemen und besser wie niedergehen glaube ich aber es ist langsam aber ganz auf Gewichtsskilln ich sag euch eins mein Clue wirklich schon übelst geil also Level ist nicht schon sonst hast du einen starken Level 133 nein hier ist nur ein 120er davon echt? tamed us? mit was für einem Vieh bist du unterwegs? taubsi taubers ja ich bin jetzt unterwegs das macht schon richtig gut Damage Marco wie viele Militärme Schatten? knapp 700 jetzt lebend? 6 628 4k lebend der Fuki müssen gut und schnell muss es auch schon sein oder? warte jetzt warte 232 movement die Frage ist wie krieg ich das jetzt gezähmt? wenn es beißt die ganze Zeit auf diesen Fleischklops ein trifft es aber nicht oder? jetzt kommt der runter mein roter Lut gleich ist er unten nee da gibt nix gutes nein dann zündlich die Kanu ins Land komplett jo dann heißt die Opelzfeuer Insel ha Insel des torbenden Kluraks wow bis es mich runtergeboxt hat man komm her jetzt wow alle das sind die stark hm bin gleich tot ha 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 Standardhand ist also weh haben keine Farbe und haben halt 125 Arme und 180 Turbine die aaaah einfach is weg schnauchenbruch ja ich musste auch weg ich kann weil ich eben lowlife war haaaah ja lowlife war aaaaaah aaaaaah ha 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 oh man welches Level Sideset schon? Ich bin Dinos oder selber? Ich selber Ich bin 70 73 66 Nein Chris, der hängt schon hinterher Welchen credits hast du denn schon? Ich hab jetzt knapp 600 So, jetzt hol ich mal mein Zeug wieder hier Ich hab auch 600 Ja, ich hab jetzt grad nicht wirklich gefarmt Immer wieder, wenn ich halt irgendwo so Knoblenzer seh Fahre ich die ab Die sterben ja jetzt Ist halt mega langsam das Dichlor Movement Speed hier, zack Wo war denn das Dichlor? Hast du mich überhaupt schon gesehen? Im Schneegebiet? Ne Ich war direkt am Westseite Am Strand, jo Ich weiß, dann muss ich da hin Ich flieg da jetzt auch wieder hin, wenn wir mein Zeug holen Aber das ist halt mega kalt Ich weiß, ich bin nämlich rausgegangen, weil ich eben was da vorn wäre Weil ich muss eben das 120 gebrauchen, gell Ich hab auch einen roten Trop gesehen, aber ich sehe grad einen, wer da runterkommt Aber ich glaub, da sind eigentlich keine guten Sachen drin Dann muss man die Höhlen abfarben, oder? Stimmt, da ist ja jetzt gar nichts drin Ja, da sind gar keine Dinos drin Vielleicht sind da Dinos drin Vielleicht bocken wir uns mal nicht Das kann sein, ja Arctus in der Höhle Du hast in der alten Edition hast du immer Arctus, Lavadus und Zapthus Nein, Zapthus nicht, aber Arctus und Lavadus Arctus und Lavadus hast du ja in den Höhlen gefunden, ne? Vielleicht hier auch Wäre aber geil Glaubt das aus den Elektrizitäts- Den Newton hast du auch in der Höhle gefunden Vielleicht muss man hier wirklich die Höhlen machen und dann kriegst du vielleicht Newton und so zu beschweren statt Artefakte oder so Das wäre halt geile Einbautechnik So, hier irgendwo war ich Ich hab Blueprint für Metal Irrigation bekommen Beste wie Deins Ist aber was los, ey, am Winterstrand Ja, Fabi, komm doch mal hin Ja, ich hab da ganz viel Farben Ich würd mal gern Leute, das lebt immer noch, das Zauberus Was? Wo genau, Marco? Äh, da wo wir ist das Also, wo ist das? Da wo wir eigentlich Da wo die Eisbrücke ist gleich Ja Ich brauch halt echt Wenn wer von euch bissl mit hat, guckt nicht Guckt nicht? Okay Ich brauch nicht mehr viel, Scheiße Weil ich hier sterben Ich hab ja eben jetzt noch Cool Nervous Arschkalt hin Komm, greif an Guck mal, jetzt fliegen sie sich gegenseitig Oh nein, die fliegen sich jetzt wieder hinterher Voll die epischen Luftfight hier Naja, die fliegen dann bis hoch zur Decke, das ist ja die Scheiße Bäm, einen haben wir aus der Luft gepuncht Njooo Njooo, das ist ja nur bei uns Hand drum, ich brauch das Hand drum Ich treffe ihn nicht, doch jetzt Das ist so dumm entzöööööre Glo refinchen, Grün entsp sold Bäm, da haben wir es Jetzt kann ich mein Zeug holen Ach, da fällt's runter Vor allem die Dinger, diese Tyrorium-Dinger, die treffen diese kleinen Klöpschen nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, welches das heile will waren. Die ist auch mal ein 108er. Warte aber 120 irgendwo. 108er würde ja auch mal reifen. Tja, du bist das so außen. Wie viele sind das? Ich habe ein 120, 108er. Wie viele das sind? Na, aber wirst du nur, ich bin das sicher. Ich bin da oben. Seht ich schon, ja. Aber die kriege ich nie alle tot, oder? Na, nur das eine. Ja, die wollen nur das eine betäuben, aber wir kriegen das nie alle weggelockt, oder so. Klar. Ich weiß ja nicht, warte mal, welches ist jetzt das 120er? Das. Und eine weggelockt nur, oder? Na, kommt doch jetzt. Doch nicht. Und dann kommen die alle, die kommen alle den Dingern hinterher. Ja, schau aus. Das ist nur 20. Können wir das mal töten. Hier ist doch das jetzt so 120er, oder? Ja, hier, das steht jetzt abseits. Im Wasser. Okay. Können wir so anfangen. Dö, 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 dö. Das vielleicht. Jetzt, das kommt mir hinterher. Nee. Hä, was macht das? Das backt rum. Oh nein, warum? Die Vier packt mich ein, oder? Komm her, ich will nicht doch nur rein. Ich pack hier ein. Oh nein, die 60er macht irgendwie Schaden. Diese kleinen Büffel machen aber auch gut Damage. Au. Kack, Viecher. Oh, kack, ich muss auch aufpassen mit meinem Leben. Wer ist denn da jetzt drin? Wer ist denn da drin jetzt noch? Ist das 120er da drin, gell? Scheiße. Äh, aber ich muss erst mal wieder raus hier. Es wird nämlich übelst kalt. Mein Leben liegt gerade runter. Also, hast du das schon ein paar Mal angeschossen? Nee, noch gar nicht. Die Büffel haben mich angegriffen, und die machen auch gut Damage. Ich hoffe, dass die sich nicht gegenseitig tilten, oder? Ich wollte einfach reinbordzen mit meinem Niederkingen. Ah, das ist das 120er rennt jetzt, glaube ich, davon. Ich brauche unbedingt noch Fleisch, wir haben nichts zu essen hier. Das ist das 120er-Jahr. Wo seid ihr denn da bei der Eisbrücke? Weiter zum Land. Nee, eigentlich direkt bei der Eisbrücke unten. Oh, ich glaube, ich weiß, wo sie seid. Wo ist denn das 120er hin? Aber das farmt echt gut, eigentlich, dass sich Lorenz mal schon sagen. Auf diese langen Zungen, was heißt sie wahrscheinlich? Weil da stimmt vier oder so, und da sehe ich Marco. Aber ich muss jetzt... Nee, ich habe das 120er gekriegt. Na toll. Na, wenn wir das 104er, oder was das war, ich muss jetzt kurz mal in die warme Region. Wir haben alle was tot, oder? Na, ich frage mich, naja, die kleinen Dinger da, die machen auch gut Schaden. Ich müsste auch mal in die warme Region. Können wir nicht mal alleine lassen. Vielleicht kriegen wir die da auch rausgelockt, aber ich glaube es eigentlich nicht. Es sind immer zwei Einzelne halt. Können wir beide tamen noch. Na, ich habe jetzt noch 49. Wer macht da... Hat der mal gut Miet? Wer macht denn da... Ach, das bist du da aus? Ja, das ist das 108er alleine dann da. Andere ist schon davongerannt. Hast du noch, guckt Miet? Ich habe noch ein bisschen was. Da drauf, und ich habe das in Clue. Da müssen wir mal aufpassen, dann guck mal vom Leben her. Na ja, Rude. Ja, das habe ich nicht weggemacht. Genauso bei 120er habe ich auch nicht weggemacht. Das Ding ist, dass scheiße eine scheiße Hitbox zu haben, was den Angriff angeht. Guck mal, das kriegt das kleine ja auch nicht. Stimmt schon, ja. Können Sie sagen, dass das andere Angriff auch noch hat. So. Aua. Oh. 308 Schaden, oder? Ich habe nicht mehr viele Pfeile. Maja, du kackst. Ich los jetzt. Alter, bei mir leckts. Jetzt habe ich wieder ziemlich gut Leben. Jetzt komme ich rüber. Ich glaube, ich habe noch 90 Pfeile. Also 120er ist früher weggerannt. Wo rennt denn das nicht weg? Aua. Weil mein Niederking ist fast tot, Alter. Diese Pfeile gehen mir auch auf den Sack. Welches ist jetzt das Richtige? Das, was da im Wasser rumrennt, glaube ich. Oder? Weil das leckt schon wieder bei mir. Ich kann nicht banken. Ja, das, was im Wasser im Kreis rennt. Ja, das ist wahrscheinlich schon so ein Low jetzt da. Ich glaube, das rennt gerade weg. Es liegt. Ne. Es rennt weg, ja. Das ist doch gut, wenn es aus dem Kalten rausrennt. Das ist super. Ja. Markus ist jetzt gleich der Einzige, der vom Tier aus schießt. Ja. Aber so ist es so schnell. Jetzt. Hast du gesagt, dass langsam? Ja, aber wenn du drauf reitest, ist es langsam. Vielleicht auch ein Salat, aber ich glaube nicht. Oh nein, das ist dann zu ganz kalte. Jetzt legts. Neul wie das immer zwei-, dreimal unten. Ne, das macht sie ganz zur Zeit. Fertig. Viertausend Gewicht. Neul. Vielleicht ist das so, dass, ich könnte mir vorstellen, dass das der Rex ist. Schaut da so aus, ja. Warte mal, wie viel Schaden macht das? 08 jetzt schon. Also wenn nicht so schnell, aber muss man auch leveln erst, ne? Oh, das ist halt komplett umgelevelt, oder? Das ist stärker wie den Needle King. Wie will man den Needle King übernehmen? Ich habe jetzt auch schon wieder 642 Credits. Ich habe 804. Hast du es jetzt geleveilt? Ja, aber es hat nichts bekommen. Müssen wir absteigen. Ich muss da kurz absteigen, denn dürfte es eigentlich gehen. Hast du da, hat der Cooked Meat? Na ja, ich komme gleich zurück nochmal. Das ist doch schnell. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum es vorhin 20 oder so hat er auch genug Gewicht. Alle low. Weißt du, komm, leveln erst mal ein bisschen, also, wir kommen ein bisschen rum, fährt ein bisschen was. Wir sollten PR mit mir nur mal an der Tür. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wie gibt es jetzt so viele? 233, ne, erst mal für. Warte, warte, Marco, ich gebe da Cooked Meat. Ich sehe die grünen Arme bei ihm nicht, oder? Geflogen. Ich sehe so, ich sehe Christian grünen Arme nicht, oder? Was wolltest du dem jetzt hier leveln? Egal raus, das geht immer immer so. Am besten mal ein bisschen Damage. Ein bisschen Muffensbit oder so, aber Gewicht genommen. Muffensbit wäre geil, aber nicht. Faktlicher wieder. Das war gut. Die Commander, das Ränder, warum wir keine Faktin? Wo war man denn jetzt so nett? Ähm, her, wie war eigentlich, ne? War da schon jemand? Äh, es war so eine kleine Insel, so eine gebogene, oder was? Ja, genau, ja. Ja, da war ich schluss gar nichts. Wie war es denn, ich war eigentlich schon, ne? Ziemlich. Ja, vielleicht sind mit denen, die da an der Liste stehen, auch nur die gemeint, die man auch noch zusätzlich, ähm, farmen kann. Also, die man sich herstellen kann. Ähm, da waren ja ziemlich alle, oder? Ähm, da wollte ich hin. Kann man auch mal nach Hause, oder so, und dann mal... Das heißt ja, diese Fleischklöpsel, die kleinen, die müssten ja dann gut Holz machen. Dann probieren, ja. Naja, die roten Tyrannus-Dinger sind nur noch pro Rex, weil hier, wo immer, wo ein Rex ist, da ist auch so ein Ding. Ja, weil da so viele sind denn normalerweise keine Rexe, so viele Rexe sind dort denn normalerweise. Aber denk dran, ich hab verdoppelt den Spawn. Das war vielleicht nicht ganz so schlau hier, ohne vor reinzugehen, aber egal. Ja. Ich hab' mal Holz für die Farbe. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist doch auch alle High-Level hier an der Höhle? Oh. Ne, bist du nicht. In welcher Höhle bist du denn? Was sind da für Küche drin? In der High-Level-Eishöhle. Ja, was für Viecher sind da drin? Nur ein... Das mit dem... Das weiße Phionix. Ne, wie heißt das? Phylonona? Jo. Ha, mehr nicht. Ein einziges. Ist aber in der Eishöhle? Im Feuer? Neuer Pokémon? Weiß ich nicht. Ist nicht eins. Voll Fehler. Ich hab' einen Mastercraft, äh, Trike-Sattel. In der Hölle. Oh, au, au. Oh. Oh. Tot. Ich bin tot. Oh. Nein. Mein Knuddelchen auch. Aber ich weiß nicht. Ich spawne jetzt mal. Ich lass dir jetzt mal alles spawne. Ich werd' jetzt sehen. Ichibinnen. Nein. Ja. Ich bin nurroein.